Ich lerne Deutsch. Nummer 4388 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich höre das neueste Album meiner Lieblingsband. es ist erst gestern erschienen. ich höre das neueste Album meiner Lieblingsband. es ist erst gestern erschienen. fantastisch ich höre das neueste Album meiner Lieblingsband. es ist erst gestern erschienen. Fantastisch! Seit wir den Mixer haben, gibt es bei uns zu Hause immer frischen Gemüsesaft. Seit wir den Mixer haben, gibt es bei uns zu Hause immer frischen Gemüsesaft. Wir warten noch auf den Tankwagen. Dann können wir sofort starten. Wir warten noch auf den Tankwagen. Dann können wir sofort starten. Wir suchen unseren Flug auf der Abflugtafel. Der Abflug wird sich um zwei Stunden verspäten. Wir suchen unseren Flug auf der Abflugtafel. Der Abflug wird sich um zwei Stunden verspäten. Was gefällt dir an deinen Haaren nicht? Bei mir bist du richtig, wenn du dein Aussehen verbessern möchtest. Bei mir bist du richtig, wenn du dein Aussehen verbessern möchtest. Wir bauen 30 Windkraftanlagen in dieser Gegend, die noch in diesem Jahr in Betrieb gehen werden. Wir bauen 30 Windkraftanlagen in dieser Gegend, die noch in diesem Jahr in Betrieb gehen werden. Ich beginne oft frühmorgens mit dem Training. Am liebsten trainiere ich draußen. Ich beginne oft frühmorgens mit dem Training. Am liebsten trainiere ich draußen. Der Tag wird gut. So fühlt sich Superwoman für mich an. Mein Herz schlägt für Kaffee. Ich kenne viele verschiedene Sorten und kann sie unterscheiden. Mein Herz schlägt für Kaffee. Mein Herz schlägt für Kaffee. Ich kenne viele verschiedene Sorten und kann sie unterscheiden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Schnelligt gut. Ich mache das nicht. Vielen Dank.